So, meine Lieben, ihr werdet verstehen, dass ich heute Nacht die Anrufung des Drachen alleine machen werde. Es ist alles hergerichtet, inklusive dem Drachenblut zur Räucherung mit meiner ägyptischen Räuchermischung. So wie dem Dracheneck mit dem Drachenschwert, den Drachenopfern, Drogon und den nötigen Gehilfen, steht der Drachenbeschwörung heute Nacht nichts im Wege. Und zur Unterstützung, damit die Anrufung des Drachen auch gut gelingt, haben sich Dr. Marco und Dr. Mabuso gemeinsam mit dem Niffler im Abramelin eingelesen, damit auch wirklich alles passt. Sowohl Meraxes als auch Morgul und der dreiäugige Rabe zusammen mit Moondancer warten schon. Und hier oben, zur Beschwörung der Toten, Daenerys gemeinsam mit dem Dornenkönig.